Geil. So Leute, Blitz League. Welcome to Blitz League. Wir haben hier eine kleine Präsi für euch vorbereitet. Ihr fragt euch sicher, was ist Blitz League? Erfunden von Philly und Phil, den beiden Leuten hier im TS. Sag mal, hallo Phil. Hallo Phil. So, der Playstyle. Wir invaden spät, invaden 24-7, in Klammern mit Support und Carrying. Wir brauchen Pings. Ne, die müssen auf unsere Pings hören. Always join... Das ist ja voll die ernste Präsi. Always join jungle fights. ADC stay safe. Don't go AFK. Perfekt. Das sind die vorgeschlagenen Champions. Und das ist, was passiert, wenn die auf uns hören. Plus 20 und ganz viele Wins. Oh, da hab ich noch Raka mit Smite Ignite gespielt. Ja, das sollten wir eigentlich auch mal wieder machen, tatsächlich. Okay. Alles andere, werdet ihr gleich ingame erfahren, was abgeht. Aber ein kleiner Überblick für Blitz League, für alle, die es noch nicht kennen, ne? Ja, wir haben natürlich jetzt grundlegend schon direkt ein Problem. Lee Sin mit Grasp ist gar nicht so gut im Jungle. Doch, doch, weil wir andauernd fighten. Du bist so geil schlau, Mann. Ach, hast recht. Stimmt. Da hab ich zum Glück Conqueror nicht mitgenommen. Lieber Grasp. Mach's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Hast du den Bär im blauen Haus gefeiert eigentlich, den Bastard? Den Bär im blauen Haus? Ah, du bist wieder zu jung. Ach, Mann. Den Bär im blauen... Bitte sag mir, dass du den Bär im blauen Haus kennst. Ach, du meinst den Bär im großen blauen Haus. Ah, sorry. Jo, mein Fehler. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, klar. Den kenn ich. Ja, ja, den kenn ich. Wer war da dein Lieblingscharakter? Äh, die Kloschüssel. Es gab gar keine Kloschüssel. Doch, natürlich. Echt? Wie hieß die? Äh, Zeit fürs Töpfchen. Die Rubrik fand ich auch am besten bei der Sendung. So, okay. Wir müssen hier... Äh, merkt ihr. Level 1 Ward stellen müssen wir, ne? Das war... Hallo, wo bist denn du? Warte mal, warte mal. Wie macht man das Spiel? Wie? Das Spiel League of Legends mit der Maus bewegst du dich. Ach so. Okay, ich hab lange nicht mehr in der League gezockt. So, rein jetzt in den Lachs. Du musst hier eine Ward stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hab Red Ward gestartet. Hä, wieso denn nicht? Ja, erst mal reinkommen. Erst mal reinkommen. Sag dir, Zinsch, der soll das stellen. Ja. Place Ward, please. Ich mach mal Chat an. Das ist, glaub ich, bei Blitz League immer guter Content, ne? Flash, 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 Flash. Oh. Ich glaub, wir fighten da. Wir fighten da. Phil, Fetzung, Fetzung, Fetzung. Ja, die flasht hier gleich auf mich. Oh nein. Der Zinsch hat mit Q gestartet. Wie kann man denn mit Q starten? Ich hab irgendwie ignitet. Q start auf Zinsch. Wenn man fightet. Das ist traurig. Äh, der startet aber Blue Buff, ne? Komm, weiter. Okay. Ja, ja, weiter, ja. Der hat keinen Flash mehr. Why do we do that? Ja, das kann man später drüber diskutieren. Ich glaub, hier ist Warden tatsächlich. Ja, du hast ja aber Sweeper. Ja, super. Hier direkt gucken, ne? Ja, der könnte auch auf Wölfen drauf sein. Ne, ist da. Der hat keinen Flash. Einfach fighten. Ja, der ist so toll. Oh, der kommt von der anderen Seite. Ja! Oder ne Bombe. Kannst du den bitte nicht resetten lassen, Kutscher? Nimmst du das Spiel überhaupt ernst? Warte mal, hält mal der Maul. Warte mal, Echo, Echo, Echo. Nein, ich bin tot. Ich muss für Blue Buff gehen. Na gut, der macht das. Ach man. Oh. Aber Phil, da musst du auch einfach mal ein bisschen mitspielen. Nee, 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 nee. Da muss man wirklich auch den Blue Buff nicht auto-tacken, dass der resetet. Ja, guck mal, aber wir haben die Echo dafür. Ei, 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 ei. So, direkt wieder Top-Set rein, ne? Meinst du, der geht nochmal Top-Set? Ja, ich glaub schon. Der Blue ist noch ab, ne? Ja, der Blue ist noch ab. Da ist alles ab. Dann rein da, ne? Hier ist Warded leider. Ich tue so, ob ich recall gleich nach dem letzten Hit. Ja, Viego ist da. Der hat den Blue Buff gemacht. Der ist auf dem Cinge drauf. Guck mal, der hat keinen Flash. Der ist so tot. Warte noch kurz. Na gut. Du hast den Level 1, das ist ja super awkward jetzt. Hier kommt noch ein Echo, aber das ist... Oh nein. Warte mal, guck mal, warte mal. Wie ist man das jetzt? Du bist raus. Na gut. Ich bin Level 1. Immer noch. Du wirst jetzt einmal kurz unten Level holen. Die Kaiser so ein bisschen entlasten, weißt du? Oh, dann geht's weiter. Der Enemy AD Carry hat das dreifache Level von mir. Aber dafür hab ich drei... Ich glaub, habt ihr schon mal einmal ein Level 1 Lee Sin mit Grasp und zwei Long Swords gesehen? Ich glaub noch nicht. Ich glaub noch nicht. Okay. Ich hol mir jetzt Level 2 und dann sind wir bereit für die Fetzung. Okay. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das vermisst. Ich hab's vermisst, Phil. Ja, wir müssen auch noch warm werden hier, ne? Noch ein bisschen. Ja, ich hab jetzt auch länger nicht gespielt. Da kann man auch immer... Und lange kein Blitz liegt. Ich mein, aufwärmen ist immer wichtig, ne? Sonst reißt man sich die Adoptoren. Ja, das ist tatsächlich warm. So wie die Akali zum Beispiel. Eie. Das ist wieder nicht... Das ist wieder nicht... Das ist wieder nicht flasht, ist aber auch ultrafrisch. Okay. Wir müssen jetzt den Viego wiederfinden, ne? Damit wir den invaden können. Ja. Also hier kommt Poppy. Guck mal. Ich glaub, Viego ist hier. Warte mal, ich bin schon Level 3. Er ist gebrochen. Er ist hier. Ich komme, ich komme. Könnte gut werden. Ja, das wird sehr gut sogar. Oh. Bleib dran, bleib dran. Der kann sich nicht zurückverwandeln, weil der keine Ult hat. Ist das so? Junge, der kommt raus. Nee, komm. Mach mich nicht schwach jetzt. Wie lang. Ja, es war so obvious. Nice. Darkest Ding. Sehr gut. Okay, ich hätte jetzt richtig viel Zeit. Okay, dann machen wir mal gemeinsam meinen Red Buff und dann in den Enemy Topside. Klingt nach dem Arsch geilen Plan. Ich würde da sagen, das machen wir. Super, super, super. Du könntest auch so schon in den Enemy Topside gehen, tatsächlich. Klingt nach einem geilen Plan. Meinst du, das ist das Geburtsjahr von dem Viego in seinem Namen? Ja, doch. Glaub schon. Warum lachst du jetzt? Hab nicht gelacht. Hab dir geantwortet. Stimmt. Okay. Also hier ist alles noch down. Alles weg? Vielleicht können wir ja Toplane abreißen oder so. Was macht er denn? Ich helfe dir mal bei der Karte. Ja, nee, lass Toplane mal nicht. Lass mal Mitte. Oh, guck mal Mitte, 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 Mitte. Oh, okay. Ja, ja, guck mal, wo der jetzt hingeht. Der geht da, glaube ich, hin. Ja, der kommt hier, der kommt hier, der kommt hier. Boah, Junge, die sind so sneaky. Nee? Nee, okay, okay. Vielleicht deine Geister, vielleicht deine Geister. Nee, nee, nee. Toplane? Ja, 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 ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Enemy Gromp. Oh, hier, guck mal. Ich kann da nicht lang, so will ich. Das ist einfach alles so. Du kannst zusammen die Wave nehmen, genau. Oh. Ich bin tot. Kannst du irgendwas überleben? Nee, tatsächlich gar nicht. Hm. Hättest du mal auf den Call gehört. Okay, ich brauche Level 3. Okay. Oh. Hoppla. Poppy spielt auch Blitz League. Ja, ja, die Poppy hat das, die Poppy hat vielleicht die Präsentation irgendwie in die Finger bekommen. Deswegen weiß ich ja direkt, wie man das spielen muss. Okay, der Drake gemacht. Der Drake gemacht. Das ist interessant. Hm. Vielleicht können wir den Tütsch abreißen. Mhm, 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 mhm. Oh, hier ist die Ego? Oh, ja, ja. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ich glaube, der weiß das, dass hier bloß ein Busch ist. Nee, nee, nee. Wann bist du Level 3 eigentlich? Ein Minion, ein Minion. Ein Minion. Okay, super. Dann kannst du ja direkt wieder weg von Botlane. Das reicht nämlich auch. Okay. Okay. Wollt du das trotzdem einmal mit reinpushen kurz? Okay, ich würde hier dem Viego jetzt hemmungslos das Gesicht einprügeln. Geil, das würde ich auch gerne von dem, äh, also, ne? Ja, nee, oh, ja, starke E. Danke. Gerne. So, was ist jetzt der Plan? Ich komme zu dir. Ich laufe hier einfach mal so ein bisschen rum und gucke, ob ich was finde, tatsächlich. Ich glaube, die Akali will das nicht. Die hat gesagt, go away. Ja. Ist ja einfach potenziell ein Kill hier, ne? Kann da nicht mehr rein. Aber du hast den. Ja, super free. Oh nein. Alter Schwede. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh, warum ist die nicht rausgegangen? Hm. Okay, wir müssen dem Viego auf die Fresse hauen. Ja. Der Vicky ist jetzt sehr gefiedelt, Phil. Wer? Die Poppy. Ne, wer das wissen will. Ach so. Entschuldigung. Okay. Ähm, dann, ja. Viego hier topside. Hm, 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 hm. Wir brauchen jetzt noch eine Schnauze. Ja, ja. Ihr kloppt dem ja jetzt mal richtig das Fressbrett um. Meinst du? Ja, mach da eben da mal eine Gesichtsgrätsche draus. Guck mal, ich schmeiße zu dir. Da hast du natürlich die Dings komplett verkackt, ne? Ja, tatsächlich, ähm, hab ich meine Q getroffen. Ja, auf den Fiora. Auf den Fiora. Das ist korrekt. Hast du noch mal was? Ja. Ich hab keine Q gerade. Dash raus. Jetzt. Oh. Das ist es nicht. Da kommt Poppys. Nee, 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 nee. Oh, oh, ja. Jetzt Dash raus, das war ja nicht. Oh, nein. Oh, nee. Oh, Gott, durch das wird gar nicht gut. Lauf, 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 lauf. Oh, starke W aber von ihm. Guck mal, der geht noch mal dafür. Lass uns auch noch mal dafür gehen. Ich bräuchte halt noch ein bisschen bis Level 4, ne? Ist da Poppy dran? Nee. Guck mal, ich werf eine Q auf den rauf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, nein. Oh, nein. Okay. Okay, Phil, das sieht nicht gut aus. Aber ist noch nicht lost. Die Kaiser ist fett. Wir sollten um Botlane spielen. Ja, okay. Spielen wir um Botlane. Die Kaiser ist stark. Sehr stark. Kautziak, Yubi. Die ist wirklich turbostark. Ja, also wenn ich mal groß bin, würde ich auch gern so stark sein wie die. Ja. Ja, ja, das ist unser Carry. Okay. Ganz, ganz einfache Kiste wird das. Ach, und geil. Guck mal, hier ist Wego. Der hat mein Wadler gesehen. Oh, mit der hat keine Gold. Ja, dann kloppen wir dem jetzt mal ein richtig schönes Gesicht ein. Hau dir mal die Schneidezähne ein, bitte. Ja, 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 dass der nie wieder laufen kann. Guck mal hier. Ja, 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 jetzt ist er dran. Egal. Oh. Oh, der ist ja... Oh, nee. Das war es nicht so viel. Ich glaube generell... Ja. Es gibt leichte Problematiken in diesem Spiel. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wir lassen uns einfach um Top-Lane zocken jetzt. Um Top-Lane? Bot. Alles klar. Ich bin am Red-Buff. Danach kann ich Top-Ganken dann. Also diese Poppy macht ein bisschen Schaden. Ja, aber die hat das Filtank. Tatsächlich. Also Poppy ist im Blitzkrieg, glaube ich, auch gut. Ich glaube, wir können auch wieder den Rakan nehmen. Ja, vielleicht auch das. Aber ich glaube, Pike ist schon sehr gut. Ja. Aber ganz andere Probleme in diesem Spiel. Ich glaube auch, das war jetzt kein Champion-Problem. Nee. Eher ein Spieler-Problem. Nee, das war eher ein Execution-Problem, ja. Scheiße, Kali. Ist er im Drake? Nee, ist egal. Ich bin tot. Aua. Scheiße. Ähm, ja. Ja, man muss aber mit einem Schlechten starten. Ja, genau. Also ihr denkt jetzt natürlich, ich sehe hier im Chat oft, lol, das klappt ja gar nicht. Das ist ja gar keine gute Taktik. Aber tatsächlich, also ihr werdet quasi überrascht werden, dass im nächsten Spiel wird diese Taktik nämlich so krass aufgehen, dass ihr euch denkt, was zur Hölle, wieso spielen wir das nicht die ganze Zeit? Mhm. Guck mal unten. Ja. Wir haben in Blitz League schon Turniere, in Turnieren haben wir das schon ausgepackt. Wir haben da schon 5000 Euro Preisgeld mitgewonnen. Ja. Also tatsächlich, kein Spaß. Hier, Viego, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Ja. Es ist irgendwie voll schwer, Skateshot zu treffen. Bei enemy gibt es die nicht. Aber ist gut, ist gut. So einfach. Let's go. Let's go. Okay. Skating ist ja auch völlig auf unserer Seite. Ja, mega. Das ist ein langfristiges Investment. Da gehen die Kurse... Au, 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 au. Da gehen die Kurse auch mal nach unten. Ja, das ist wahr. Aber es gibt halt den Moment, da steigen sie wieder und dann ins Unermessliche. So. Wenn du jetzt bei minus fünf Punkten bist, Phil, ne? Ja. Dann demotest du doch erst nach dem VM, oder? Ja. Hm. Können wir dann noch duern? Ich glaube nicht. Das war dann eine mega schöne Blitz League-Erfahrung. Junge, diese Poppy geht mir so auf den Sack, ne? Ja, Poppy ist tatsächlich auch ein extrem guter Pick gegen uns beide, ne? Ja. Jeder gute Sportler muss sich auch mal aufwärmen. So ist es. Ja. Erst mal die alten Knochen wieder warm machen. Ja, guck mal. Boxt ihm jetzt mal da was... Boah. Schade. Also, der hat ziemlich viel Schaden gemacht, als ich. Was ist das für ein Satz? Ja, als ich. Er war ich. Und er hat ziemlich viel Schaden gemacht. Stimmt, da gibt es sogar Sinn. Der hat irgendwie mehr Schaden gemacht, als ich. Als ich. Da steht der Nächste, so ist es. Ja, wir können wirklich über die Kaiser noch gewinnen, ne? Ja, voll. Ja, voll. Bin da voll bei dir. Schau mal. Mitte haben wir auch? Meinst du? Ich glaube nicht. Doch, doch. Doch, doch. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Fuck. Voll über die Wand. Hast du aber. Schön. Ja, natürlich. So. Ich bin jetzt mal wieder erstmal reinkommen hier in diesen Bums, ne? Ja, also langsam sind wir noch aufgewärmt. Die Motoren, ne? Oh, nice. Das war ein ganz schön cleaner Wardjump. Oh. Oh, der hat mal höher geleat. Oh, nein. Das war ganz ärgerlich. Okay. Hey, Harald ist ab. Gehen sie jetzt wahrscheinlich hin, ne? Ja. Vielleicht aber auch nicht. Also ich denke, wir sollten jetzt quasi wirklich so ein Dreimann-Squad um die Kaiser rum bilden. Okay. Zu zweit? Ja. Perfekt. Twitch ist auch ein Kack-Champion. Sag ich dir, wie es ist. Ja, auch ziemlich OP tatsächlich. Ist es so? Ja, der kann unsichtbar sein. Krank. Kaiser ist in der Mitte jetzt. Die werden natürlich jetzt alles draufschmeißen auf die, ne? Ja, aber wir verteidigen die einfach. Ist jetzt ja nicht so, als ob irgendein Gegner über der Goldkurve sein sollte. Stimmt. Vor allem der Support nicht von denen. Meinst du, wir difen den auch einfach? Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das hätte man sich hier fast denken können, dass das passiert, ne? Jura kommt von oben. Wie machen wir denn das jetzt, Phil? Bin hier? Ja. Töte ihn. Mach ich. Das war... Ups. Schade, so funktioniert Pygold gar nicht mehr, ne? Doch, wenn ich sie treffe hier am äußersten Rand, dann komme ich über die Wand. Mega. Da war echt knapp. Danke. Okay, beim Zweiten ist das Kaiser, Phil. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich finde das auch sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wähltest du bereits. Guck mal hier. Oh, die Trollen, die Trollen. Jetzt, come back, come back, come back, come back, come back. Shutdown habe ich. Nice. Wichtig auch, dass du den Shutdown bekommst und nicht unser Carry. Oh, das war gut von dir, Fiora. Ich verteidige. Drei Mann Squad um die Kaiser herum. Jawohl. Nice. Nash? Nee, Drake, oder? Ja. Nash ist die ersten drei Minuten. Schade. Wir können auch warten dann. Ja, voll, ich war in den Sinn stellen einfach. Ja. Super. Oh, guck mal, bitte. Ja. Oh. Willst du rauf? Einfach rauf? Einfach rauf? Oh, ich komme nicht ran. Stark, aber. Bisschen eingerostet, weißt du? Ja, ich sage immer, äh, Krabbe, Krosse, Pizza. Pizza, Krosse, Krabbe. Hast du noch nie gesagt in deinem Leben? Okay, lass hier, den durchziehen einfach, den Drake. Nein, ich glaube, das ist nicht gut, Phil. Doch, 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 doch. Also, ich brauche deine Hilfe auch, ne? Nein, du musst da jetzt wirklich rauskommen. Nein, ich kann da nicht rauskommen. Doch. Nein, jetzt hilf einfach mit. Wie denn? Ja, haben einen Kill bekommen. Stimmt. War echt gut. Jetzt findest du noch hier wer? Wäre krass gewesen. Ach, schade. Aber war nicht so schlechte Sequenz hier gerade, würde ich sagen. Haben wir leider keiner Kali-Ult gerade. Ich habe jetzt auch eine Menge Kohle, tatsächlich. Ich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich gar nicht. Ich bin blank, komplett. Und habe kein Geld. Das Reingeaten eines mehrkostenfreien Twitch Primes. Alex Tactics. Danke für den Prime. Kuss, kuss. Vielen lieben Dank. Ja, good talk. Bitte? Nichts. Super. Guck mal hier. Ja. Da war die nicht. Oh, hast recht. Kaiser hat kein Flash, aber der Kaiser Mitte, der Vigo kommt von der Seite an, aber ich verteidige sie wieder. Ja, wir müssen einfach nur verteidigen, ne? Ja, wir spielen hier Tower-Defend-Game quasi. Der Tower ist der Kaiser. Und der da ist ein Loser. Das steht nicht zur Debatte. Ja, der Tisch ist auch fast tot. Oh, nein. Ich glaube, es kann die Kaiser spielen. Ja, ja. Das ist sehr, sehr gut. Nice. Der hat Ult raus. Ja. Guck mal. Schön. Ja, let's go. Im Game. Wichtig, wichtig, wichtig. Und genau so funktioniert die Taktik. Man spielt für den AD Carry. Ja. Alles ist darauf aufgelegt, den AD Carry fettzukriegen. Ist ja nicht auch die Botter, mit der man es bekommt. Genau. Der ist ja mit 13, die Kaiser. Ja, das ist genau richtig so. Zwei Level über unseren Mid-Laner. Ja, wir töten die einfach. Ich komm auch, ich komm auch, ich komm auch. Das ist schon geil. Hast du noch was? Ja. Klasse. Haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Ich hab tatsächlich auch schon sechs Grass Procs. Also, ich hab schon ein bisschen Leben dazu bekommen. Wie viel hast du? Sechs Stück? Ja, 42 Max Self hab ich schon mehr. Das hast du im Kopf ausgerechnet? Ja. Holy shit. Ist sechs mal drei. Ja, das ist 42, stimmt. Meinst du, den Echo packen wir? Oh, nech, 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 nech. Oh, da müssen wir ganz schnell hin, aber das wird nichts. Oh nein, die haben den, die haben den. Die piet auch noch hoch. Ja, da müssen wir Mitte pushen. Aber der fighten, wenn wir nicht gewinnen, wenn der Echo noch von unten kommt. Aber wir können auf den Viego, auf den Grump. Ja, ich weiß nicht, Phil. Die Poppys da oben. Heißt das nicht, lass mal. Oh, ja, hab kurz eingetäuscht, ne? Ja, hab ich auch fast reingefallen. Das könnte gut werden. Ist noch Stunt, ist noch Stunt. Keine Ultmänner, aber Twitch ballert durch. Oh, jetzt kommt die Fiora natürlich. Schön. Fiora kommt gleich. Ja, hab sie. Oh. Kommst du da noch weg? Ja. War ein Scherz, aber wir kriegen den Twitch dafür. Ist da schön eine Keilerei hier, ne? Ist aber geil. Also, wir haben es hier, wir haben es wirklich drauf. Ich kaufe mal Knights Warriors, glaube ich. Wow. Wow. Finde ich gut. Wir bräuchten natürlich jetzt den nächsten Drachen. Der ist ganz, ganz wichtig für uns. Ja, das sehe ich, sehe ich, sehe ich. Geil. Ich denke, das kriegen wir hin. Gut. Ah. 22 immer noch kein 1200er Smite, aber das braucht man ja auch nicht. Ich smite die, ich outsmite die auch mit 900. So. Das wäre die alle hoch, ne? Kein Problem. Wir kriegen gerade vom Drake. Das wäre stark. Keine Ult-Later auf Akali. Da sind kein Flash, weil die Fiora auch nicht so unwichtig. Am Echo. Das ist gar nicht gut jetzt, ne. Kannst du warden noch am Drake? Hä? Ob du warden kannst am Drake? Ich bin tot, Phil. Ja, aber also kannst du jetzt warden oder nicht? Ne. Hm. Die gehen gar nicht, die wollen enden. Ne, schau dir das an. Hahaha. Das ist meiner. Das ist meiner. Vielleicht gehst du auf die Ward mit der V und dann machst du Smite, ne? Ja, 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 ja. Aber die musst du auch noch machen. Ich kick den gleich erstmal weg. Oh, was. Oh, nein. Hat er. Ich hab's doch gesagt, Leute. Nie was anderes gemacht. Ich brauch nicht den Outtown-200er-Smite. Ich mach das auch mit 900. Und jetzt hast du das richtige Smite damit freigeschaltet. Was ist ein Boss-Buff? Pst, Chad. Pst. Okay. Lass Kutscher leben in der Illusion. Dass ich das mit 900 geschafft hab. Pst, Papi. Okay. Könnte auch noch ein Diego. Das fühlt sich nochmal cooler an. Hört sich nochmal cooler an. Schön. Ich bin tot. Ich bin aber auch ein Fischi, Alter. Das ist nicht so schön tatsächlich. Okay. Oh, der. Ja. Oh, ja. Ja, das wird natürlich jetzt eklig für die Kaiser, ne? Oh, der fuck macht die viel Schaden. Also jetzt haben wir noch gut gespielt, ne? Bis sie gestorben ist. Scheiße. Wir sind auch gestorben, Alter. Meinst du? Na, müssen wir nächstes Game besser machen. Na ja. Okay, ich töte einfach top. Jo, hat keine Ult. Das war... Ach, du meinst die Minions? Okay. Ja. Klar, was darfst du das tun? Ja. Okay, 10 Sekunden Kaiser. Also ich glaube tatsächlich... Vielleicht, dass die Gegner ein bisschen stärker sind als wir. Ja, ich glaube, die haben ein bisschen Gold. Da ist Early ein bisschen was schiefgelaufen, habe ich das Gefühl. Hast du noch, Wunderville? Mal gucken. Guck mal hier. Die ist aber wieder voll, Phil. Aber die lebt fast. Lebt denn da, Alter, Holz-Michel noch. Holz-Michel noch. Holz-Michel noch. Den Necco habe ich weggesnackt. Weggesnackt. Könnte sein, dass ich diese Basis nicht so gut verteidigen kann. Ja, das war kein gutes Erstes im Lit-League-Game, Phil. Ah, ah. Der Tütsch... Ah, scheiße. Okay, okay, okay. Ja, aber ich denke, wir haben schon einiges erreicht hier in dem Game. Zum Beispiel? Wir haben erst mal gezeigt, wie diese Strategie nicht funktioniert. Komm, die Kaiser kriegt wenigstens noch einen Honor. Ja. Ja, das war's nicht. Oh, ich bin auch demoted. Perfekt. Ich bin auf 100 Punkte demoted. Ich bin... Achso, das waren meine Placements. Ich bin Emerald 1 minus 5 LP. Ja, dann ist doch alles easy peasy. Ich bin... Ja. Ja, das ist doch...